In Teil 1 haben wir bereits Cutter und Tim kennengelernt. Beide wurden einander für eine Gruppenarbeit zugeteilt. In diesem Rahmen kommt es zu einem Konflikt. Cutter ist die Gruppenarbeit sehr wichtig, Tim dagegen möchte sie einfach nur hinter sich bringen. Auch Cutters Perspektive und ihre Gefühle und Bedürfnisse haben wir in Teil 2 erkundet. In diesem Teil schauen wir uns Tim genauer an. Wir gehen seinen U-Prozess durch und erkunden gemeinsam, welche Bedürfnisse seiner Seite des Konflikts zugrunde liegen. Tim ist sehr entspannt, was das Studium betrifft. Er arbeitet nebenbei und engagiert sich in seinem Heimatdorf. Dadurch ist er sehr stark eingespannt. Es gibt noch so viel mehr neben dem Studium, was auch Spaß macht und sinnvoll ist. Tim trifft für die Gruppenarbeit auf Cutter. Cutter verfolgt komplett andere Ziele als Tim. Dadurch kommt es zum Konflikt. Tim sieht sich selbst im Recht. Seine Wahrnehmung verengt sich und er sieht die Schuld eindeutig bei Cutter. Dadurch verhärtet sich seine Position und er ist nicht mehr in der Lage, Cutter zu verstehen. Wir werden nun Tims Perspektive, seine Sichtweise, Gefühle und Bedürfnisse entlang des U-Prozesses erforschen. Cutters Perspektive wurde schon im letzten MOOC beschrieben. Beide Perspektiven sind entscheidend für Teil 3, Handlungsoptionen über Einkunft und Umsetzung. Für die Sichtweise befinden wir uns noch übersehen. Hier geht es darum zu erkunden, wie Tim die Situation aus seiner Perspektive wahrnimmt. Was passiert in seinen Augen? Schon bei der Zuteilung hat Tim Bauchschmerzen bekommen, weil er weiß, wie motiviert und engagiert Cutter ist. Tim möchte die Gruppenarbeit einfach nur hinter sich bringen. Er findet keinen Spaß an dem Thema und ist im Seminar, weil er die ECTS einfach dringend braucht. Die Note ist ihm egal, möglichst wenig Aufwand einfach. Er ist eher außerhalb der Uni in seinem Heimatdorf engagiert und daher nur in der Uni, wenn es sein muss. Er pendelt dafür extra 40 Minuten. Für ihn stellt jedes Treffen, das in der Stadt stattfindet, einen großen Mehraufwand dar. Er arbeitet neben der Uni und muss schauen, dass er alles irgendwie unter einen Hut bringen kann. Und Stress kann er gerade gar nicht brauchen. Natürlich wird er die Präsentation vorbereiten und seine Aufgaben erledigen. Aber das einfach nicht sechs Wochen vor der Deadline. Es hat doch bisher auch immer die kurzfristige Geschichte funktioniert. Warum soll er das dieses Mal anders machen? Er kann gar keine Zeit für all die Aufgaben, die von Cutter kommen, finden. Sie macht immer so einen Druck und wird dann so laut. Warum kann sie das nicht einfach alles entspannter sehen? So macht die Zusammenarbeit einfach keinen Spaß. Sie soll ihn einfach in Ruhe lassen. Er hat schon alles unter Kontrolle. Die ECTS hat er noch immer bekommen und schlechter als eine 3 war es am Ende auch nie. Um Tim jetzt noch besser zu verstehen, tauchen wir ein letztes Mal wieder unter Wasser. Seien Bedürfnissen und Gefühlen. Diese liegen, wie bereits beschrieben, oftmals nicht sichtbar an der Oberfläche, sondern versteckt. Eine Konfliktlösung ist oftmals nur über den Zugang zu den Gefühlen und Bedürfnissen möglich. Dieser Zugang, ist aber oftmals in Konfliktsituationen besonders schwierig und erinnert ein wenig dem Sprung ins kalte Wasser. Um die Gefühle zu erkunden, fragen wir danach, wie es der Person mit der Situation geht. Bei den Gefühlen unterscheiden wir zwischen Reaktions- und Schmerzgefühlen. Reaktionsgefühle sind bei Tim vor allem Genervtheit und Passivität. Er zieht sich zurück und ist frustriert. Die Interaktion mit Cutter strengt ihn sehr an. Er fühlt sich nicht verstanden. Niemand sieht oder toleriert, wie er sein Studium gestaltet. Warum darf er nicht seinen Weg gehen? Warum gibt es immer nur den mit den guten Noten? Das fehlende Verständnis macht ihn traurig. Er fühlt großen Druck von der Gesellschaft und auch von Cutter. Das zählt zu seinen Schmerzgefühlen. Gefühle spiegeln oftmals die Erfüllung oder Frustration unserer Bedürfnisse wider. Um diese zu erkunden, fragen wir danach, was die Person in der Situation gerade braucht und was hinter den Gefühlen liegt. Worin ist die Person aktuell frustriert? Was wünscht sie sich gerade? Tim hat in der Situation ein großes Bedürfnis nach Autonomie. Er möchte seinen Weg im Studium und Beruf gehen und dafür auch akzeptiert werden. Er möchte in seinen beruflichen Pflichten gesehen werden und auch in seinem ehrenamtlichen Engagement. Er möchte Wertschätzung für seine Situation und Toleranz dafür.